Hallo Leute und herzlich willkommen zu GTA Online. Zusammen mit Wolf und Dread, bisschen Chaos. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Aua. Du Arsch. Meist nicht? Ja, meine Bremsenversagen. Wie gesagt, ich habe kein Geld, um mein Auto zu reparieren. Ja, meine Versagen auch. YouTube läuft nicht mehr so. Oh, aber es ist so gut. Vielleicht für nichts hat er das Spiel. Perfekt. Ja, ich bin jetzt in... Tut mir leid, tut mir leid, es war ein bisschen regnerisch. Wie ist es regnerisch? Ich würde auf mich ersetzen. Online. GTA Online spielen. Geschlossene Freunde sitzen. Oh nein, ich bin... Haha. Das ging ja schon. Boah, aber jetzt habe ich ja... Jetzt zahlt mir die Versicherung ein neues Auto. Das ist richtig... Geil. Oh, scheiße. Das ist auch in der Sonne nicht. Och, Mann. Wie viel ist schon bei mir drin? Ja, ja. Ich habe schon das Internet. Hä, was erwartet ihr denn? Ja, das sagt... Wer hätte ja erst mal am Anfang rumgeschrien, dass es ja nicht dauert. Ich bin gerade beim Flughafen. Warte mal, du kannst mich ja abholen. Ich hole dich ab... Ich bin dein... Ich bin dein Chauffeur, ja? Nee, nee, ich komme gerade nach Deutschland, Alter. Irgendwie, keine Ahnung. Wo wohnt ihr irgendwie? Wo ist der nächste Flughafen bei euch? Ähm, in der Stadt. Ja, wie heißt die Stadt? North Angeles. Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin einfach jetzt in, äh, keine Ahnung, Hamburg. Hat es gerade bei dir geleckt oder bei dir? Ich glaube, Wolfgang ist kaputt. Weil mir haben alle das Game verlassen. Du wirst das... Ja, okay, dann wirst du's. Dann hat mir gerade meinen Fehler gemacht. Vielen Dank, Mann. Bist du oben oder unten am Gate? Ja, ja, ich habe hier... Oben, oben. Ich habe hier mein Gepäck aufgereiht. Die ganze Straße hier. Also von der Säule... Ah, das sind mehrere Säulen hier. Egal. Äh, Entschuldigung, ich mache. Kann ich hier... Ich will mein Gepäck ein bisschen zusammenschieben eigentlich, weil... Ja, Hi Red. Oh, Alter, dein Auto, ne? Krass, ey. Guck mal, wir müssen hier vielleicht ein bisschen Platz machen. Hier, die ganzen Taschen bis zu dieser Säule hier. Äh, das gehört mir. Ja, das gehört mir. Okay, dann, äh... Ja, bin ich mal gespannt, was mir Deutschland zu bieten kann. Ja, wenn wir mal das Auto verfahren. Wir sind in England. Achso, wir sind in England. Wieso sind wir denn in England? Also, das ist alles amerikanische. Okay, wir sind jetzt nach Amerika geflogen und... Wir fahren jetzt in meinem Büro. Und du hast in Amerika im Büro? Ja, da ist mein Firmensitz. Ah, okay. Also Red GmbH raus. Die Red Phoenix Army GmbH. Ah, okay. Ist das eine Amerika oder? Was? Naja. Ich bin... Wer macht 2.0? In Amerika. Was ist jetzt, warum ich eine schwarze Karre fahre? Mafia in Person, Alter. Oha. Ja, aber krasse Verkehrsführung hier. Ja, in Amerika fährt jeder, wie er will. Oha. Oha, es sieht wirklich richtig luxuriös aus, Alter. Ui, Alter. Es gibt... Es gibt... Miking, kommen Sie mal bitte mit. Sind der neue Angestellte. Ich muss mal kurz meinen... Bin ich angestellt jetzt? Du bist gleich angestellt. Okay. Ich würde jetzt mal kurz in Firmengarage 3 wechseln, weil da sehen Sie noch, was die Mafia noch zu bieten hat für den Notfall. Falls der Panzer im Bunker nicht ausreicht. Sie sollten hinterhergezogen werden, Miking, oder? Ich bin... Ich bin draußen jetzt, also... Ich hab dich in die Firmengarage eingeladen. Hier sehen Sie alle Notfallfahrzeuge der Mafia. Ganz hinten rechts in der Ecke zu erwähnen. Der Dominator. Ich bin gestorben. Ja, schade. Also ich glaube, damit kann man arbeiten. Genau. Wir haben auf jeden Fall genug Macht und Fahrzeuge, um die Regierung zu stürzen. Hier oben ist noch meine private Luxuslimousine und da hinten steht noch der gepanzerte im Wagen. Dieses Auto sieht so verbuggt aus. Da kann ich mal die Polizei durchschießen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch im Büro. Schlusssicherer ist die Polizei erlaubt. Ja, da geht nicht noch eine Etage, die ist nicht voll oben. Da gehen noch mehr rein. Ja, aber das ist nicht schwach. Bei dem sind die Türen verbuggt. Guck mal, wo vorne auf die Tür. Die gehen immer durch das Auto. Ja, nice. So, und jetzt fahren wir mal zu Wolfi. Die fliegt gerade mit ihrem Deluxe um. Das stimmt, Nerd. Ich sehe jetzt auf der Karte, dass du den Deluxe fährst. Warte, ich will kurz mein Auto euch auch zeigen. Aua. Ich habe mir so ein extrem krasses Auto geliehen, weil ihr auch so krasse Autos habt. Ja, du fährst deinen Bus der Firma, ja? Deine Band. Deine Band, hä? Das ist doch eine Gitarrenband. Ja. So Rocksänger. Ja, genau. Heavy Metal auch so. Äh, ja, also ihr habt ja auch coole Autos, ich auch. Was kann dein Auto? Also es kann halt fahren, ne? Kann fahren. Wow. Und coole Hupe hat's auch. Ah, ne, ist ganz normal. Schade. Oh Gott, also fliegt dann noch alles. Ja, zurück in die Zukunft. Ja. Wie ich falle. Oh nein. Hast du das? Hä? Oh Gott, nein. Oh, oh. Unfall. Nein, das Auto brauche ich noch. Das habe ich nur gemietet, Fred, Alter. Och. Einmal Amerika. Alles am Arsch. Hallo Wolfi. Boah. Ach, nein, aber nicht. Falsche Richtung. Okay, dann schubst du dich in die andere Richtung an. Ja, Aua. Mach mal schneller. Ja, ich habe nicht mehr so viele Reifen. Oh, warte, das ist ein geiles Auto. Oh, Alter. Oh, Alter. Nein, ich jetzt. Das Auto. Oh Gott, Alter, was ist denn hier jetzt passiert? Weiß ich nicht. Hallo, Polizei. Ich brauche Hilfe. Hilfe, meine ich. Was habe ich jetzt zu sterben? Leute, ich habe nichts gemacht. Ich fand ich mir nicht. Ach, Mann. Alter, dann haben die mich einfach. Was soll denn das jetzt hier? Oh Gott. Verschicken sie den Verbrecher. Nein, nein, aua. Oh, ah. Das ist halt weh. Oh Gott, Alter. Auf zum Flughafen. Wir müssen uns absetzen. Wir schaffen das sonst nicht. Digga, was ist hier gerade? Die SWAT-Einheit wurde vom Bus überfahren. Oh, ich bin tot. Ich habe vier Sterne. Hilfe. Auf zum Flughafen. Wolfi, wir müssen uns retten. Ich bin dafür. Ich habe eine Idee, wir haben uns retten. Wir setzen uns auf meine private Yacht auf. Wieso ist Mikey schon wieder tot? Ich bin nicht tot. Ich bin nur angefahren worden, dann bin ich so ganz komisch eingeknickt. Juhu, au. Junge, was ist das für ein Polizist? Ich habe nichts getan und er befährt mich einfach. Ja, jetzt hast du es davon. Ich glaube, ich glaube, ich dann auch. Die überfahren auch ihre eigenen Leute. Ja, wirklich. Oh, das ist auch rein halt. Ich muss ganz kurz... Du bist dick, wie so der Weihnachtsmann ist. Ich muss ganz kurz den ausleihen für ein wissenschaftliches... Oh Gott, das tut mir das leihen, man. Oh, oh. Die Polizei ist auch so dumm. Aber egal. Wett, flieg bitte normal über den Flughafen. Oh Gott, Alter, was findet... Ja, danke. Okay, wo ist unser... Wo ist... Welcher Dings müssen wir hin? Für unser Flugzeug? Anger. Okay. Ah! Alter, was ist hier jetzt los? Ich bin hängen geblieben. Ja, das will ich mir. Absprung aus meinem Jet. In die Maschine. Ich komme. Ich starte schon mal die Turbinen. Schnell. Ja, ist gut. Ich bin dabei. Warte, ich komme raus. Ich will auch mitfliegen. Nein, aua. Ach, auch. Oh Gott, Alter. Schnell, 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 schnell. Wo bleibt Wolfi? Ich bin in deinem Helikopter. Steig ein. Ich bin drin. Ich bin drin. First Person. Du bist in die Maschine. Wolfi, ich hole dich absen. Ich bin nach hinten. Gar nicht. Oh, bist du der K-Pilot. Wolfi, steig ein. K-Pilot, ähm... Komm in die Maschine. King, äh... Oh Gott, Alter, was macht... Wir haben, äh... Tower... Nee, warte. Wie heißt das Flugzeug? Wir sind die... Air West. Wir sind die Red Airline, Alter. Okay, Red Airline an Tower 1, Alter. Wir haben... Also wir starten jetzt. Wir haben alle Passagierenden an Bord. Du brennst? Egal. Okay, Flugzeug brennt, aber kein Ding. So. Kein Ding für uns. Wir melden uns wieder, wenn es... ...andere Probleme gibt. Keine Ahnung. Oh ja, unsere Turbine brennt wirklich, Red. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Ja, deswegen bleiben wir auch noch am Flughafen gesp... Wir machen gleich nochmal... Wir wechseln nochmal gleich den Jet. Äh... Oh, raus, raus, raus! Die Turbinen sind aus! Hahaha... Die Turbinen sind einfach rausgegangen. Ich bin rausgehoben. Ich bin im Flughafen gespawnt. Ich auch. Ach stimmt, man spawnt bei den Helis. Ich bin... Ich bin auch. Wir holen uns einen neuen Jet. Willst du einen Riesen-Copter-Fall, ja? Hier haben wir nicht. Oh Gott, Alter. Komm her. Du fremst schon, ich nicht. Viking-Länder auch. Du brennst. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn mich nochmal so liehen? Ja, nicht. Oh, sorry. Ah, so wie das. Ich bin doch nicht rausgefallen. Ich bin doch nicht rausgefallen. Wow, wow, ich hab überlebt. Hä? Was? Ja, du hast das Battle verloren, würde ich sagen. Ich bin ja nicht, die Copter lebt sogar noch. Ich bin schon wieder am Arsch der Welt gespawnt. Hier steht der Hedi sogar. Ah, der steht sogar hier. Ah, da haben sie es ja gefunden. Wie kompetent die auf einmal sind. Greiße. Oh, Gott, Alter. Die Limmau ist kaputt. Ach, was kannst du eigentlich? Eine Granate. Sieht so aus. Wenn du die wirfst, bin ich sowas von weg. Jetzt war. Jetzt hab ich Sterne. Ich weiß. Warum? Darum. Und wo ist mein Gang? Ja, der sitzt hinten. Meine Piep. Aber die Farbe sieht geil aus. Gibt's halt leider aber nicht für den Spoiler hinten. Oh. Soos. Moin. Das ist safe, dass dein Axelodos gefüttert ist, Alter. Ja. Guck dir das Auto an, einfach. Boah. Oh, Gott. Ich hab die scheiß Annäherungsmine gesehen, ey. Jetzt hab ich nicht einen Stern wegen dir. Ich will hier raus. Ich bin kein Schwerverbrecher. Dann kannst du... Oh, Gott, Alter. Was wollen wir für ein Rennen fahren? Ein Stunt-Rennen oder Sumo? Ich würde das... Ich würde lieber das machen mit dem, ähm, ähm, mit diesem Motorräden. Dass wir auch mit, ähm, Dingen damals gespielt haben. Manu und mir. Ich hab das nicht mitgemacht bei dir. Ach so, stimmt, das war ein Daydreamer. Wollen wir Sumo? Also wir können ja auch Sumo machen oder ein normales Rennen halt, ja. Was ist Sumo? Sumo ist das, wo du dich mit Autos vom Dach rammen musst. Finde ich geiler ist Deadline. Oh ja. Dann spielen wir das. Dann machen wir ein Spiel. Mache ich gleich. Wieso ist mein King so weit weg? Gegner-Modus? Genau, mein King. Wir können entweder Sumo spielen, wo man sich einfach runterrammen muss. Oder es gibt noch einen Modus, da muss man immer in so eine Kuppel fahren, weißt du? Okay. Dann fahren wir doch das mit der Kuppel, oder? Ja, können wir das spielen. Nee, der Kuppel ist cooler. Ich kenn generell die Gegerspiele da nicht. Wolffi und mein King jetzt zusammen. Es gibt eine Anfangsmap, da muss man in eine Kuppel fahren. Wenn man dort runterfällt, ist man tot. Man rammt sich einfach weg. Man kann auch das auswählen, was man will, ja. Und, ähm, Anzahl der Teams drei natürlich. So, Spielersuche geschlossen. Äh, aus aktueller Sitzung einladen. Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.